Und Naxxramas Zeit, mit mir den Maru, machen wir erst das dann und die ganzen Klassen-Challenge und dann passt das. Mein riesiger Frost-Lürm wartet auf euch! Zieht euch warm an! Frost-Arten für nicht alle fälligen Diener, die nicht eingefroren sind. Äh, Zoolog war dann immer die Wahl oder sowas. Weil ich glaube, er hat diese anderen Minions gehabt, die ähm... Also ich denke mal, diese Taktik-Karte geht dann mehr in was ähnliches wie... Wie nennen wir das dann? Ähm, Maru, 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 äh... Geil! Eure Seele wird dir gehören! Ah! Schaut euch nur diesen kleinen Gnome an! Er dachte auch mal! Es wäre eine gute Idee, hier hineinzuschleichen! Ne, das tut doch gar scheiße! Geil! Legt diesen Apfel auf euren Kopf! Brrrr! Geil! Hm! Ah! Geil! Ja, kriegt die beiden! Messer Wolf! Geil! Okay! Und jetzt diese Copy-Dinger! Um beim Vorhosen Champion zu retten! Wir müssen den Sonnenbrunnen leutern! Müll! Da soll ja sterben! Brrrrrr! Ah, Shatter. Mwah. Leg diesen Apfel auf euren Kopf! Ihr könnt mich vertreiben Perfekt Und nochmal zwei Schaden Zack Zack Mein Schild für Arten Zwei für Arten Zwei für Arten Ja Nägama Lauf in die Schlacht Madel Boom Das war nicht nett Das war ganz und gar nicht nett Aber jetzt ein Goal Der nächste Kampf wird nicht einfach Ich habe gehört, dass der Boss Allmächtig ist Und unglaublich gut aussieht Der letzte Kampf Achtung Cat2Set spielt nicht fair Hm Was hab ich hier irgendwo? Feindlichen Schäden zwei Schaden zu und friert ihn ein Okay Machen wir mal irgendwas was Gucken du wieder Warum nicht? Probieren wir es mal Warum denn nicht? Malfurion gegen Cat2Set Endlich lernen wir uns kennen Ich muss die Wildnis schützen Ja Die Wildnis? Was macht ihr dann in Laxramas? Jaja Ich hab's endlich gemacht Perfekt Ah Geil Geil, geil, geil Geil Wehe Geil 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 Ja In der Tat. Ah, wie geil. Ah, so geil. So geil. Keine Ursache. Ah, schade. Verzahn nicht, Jürgen. Die Erdenmutter ist nah. Verdammt, dann steht er weit. Achtung, er spielt nicht fair. Ich bin gespannt, wann er nicht fair spielt. Au. Ah, wie geil. Untertitelung des ZB-Dihrs Lass dich im Herzen sprechen. Natürlich. Einmal ins Gesicht hier. Gern, gern, mein Freund. So. Okay, two zacks. Hard in. Dim, 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 dim. Woohoo. So, alles da hat noch ein bisschen die Heroischen Fälle abgeschlossen habe. Krieger habe ich ja schon gemacht, das muss ich euch noch mal zeigen. Machen wir jetzt noch Anduin und den Paladin. Und wenn ich es hoffentlich schaffe, dann ab morgen die Heroischen Modi, die mir noch fehlen. Anduin gegen Thaddeus. Teddy. Ich muss gehorchen. Das Licht wird den Sieg bringen. Thumbyshow. Ihr werdet jetzt sterben. Okay. Das ist ungünstig, glaube ich. Das ist problem ich liebe diese karte na gut auch nicht jetzt Mensch So rum Okay, dann kann ich es Gewitter Das reicht Mhm Ja, das hilft ja nicht viel Tschüss Ja, vorher nehme ich immer noch den da Bye, bye Die sind auch krass Und jetzt die Palakata als letztes Oh, vielleicht bin ich mir schon, ob die neue Texte kriegt Ja Neue Texte Wie geil Wie geil, wie geil Das war okay Okay, da haben wir keinen Texte Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache Oh, ich habe ja solche Angst Die Gerechtigkeit verlangt nach Rache Oh, ich habe ja solche Angst Das war's Das war ein Fehler In der Tat In der Tat Ah, aber dieser Froschklammer war ein paar leider nicht so nutzt du Mach's raus Ist unser Uh Das Licht beschützt Kommen wir mal die Kiste da weg Oh, ja Schön Oh ja, Rächer. Rennet von ihm. Aber ich habe jetzt noch was viel besseres als in dem Moment. Haben wir schon gelernt. Leider nicht ganz so toll, was kein Thorn tritt. Aber das können wir gleich noch wiederholen in der nächsten Runde. Ne? Mein Schild für Argus. Schlamm. Überall Schlamm. Yay. Sieben Schaden, acht Schaden. Boah. Du ein Arsch. Wow. Spielt nicht fair. Ich erinnere mich. Boah, der war fies. Für den Lichtkönig. Hm. Hm. Ne Klasse. Egal. Max Raus ist unser. Achtmal heißt das, ne? Ich würde nur killen. Huch. Bis zum Ende des Zuges. Für den Lichtkönig. Nein, ich würde den lieber. Hm. Mal Blobs. Boah, der wibbeln ist aber fies. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Auf wenn ihr mal ein bisschen so am Leben bleibt. Steine gefroren. Ja. Ja. Ich habe die Fraß. Hey. Nebra genommen. Ah, ich glaube, der wibbelnässe hat sich verkrackt hier. Zufälliger Diener, ne? Kein in Tränen. Hm. Oh, ich würde die gut nicht benutzen können auch noch. Ah. In den Kampf. Wir müssen hier. Habe mich zum Dienst. Verloren. Die Verdammten stehen bereit. Was ist das für eine Karte ist? In den Kampf. Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. Melde mich zum Dienst. Vielleicht brauche ich den noch, wenn er den da raushaut. Lass diesem Herzen sprechen. Helde mich zum Dienst. In den Kampf. Lass diesem Herzen sprechen. Lass diesem Herzen sprechen. Lass diesem Herzen sprechen. Oh. Ich habe fast keine Karten mehr. Das Licht beschützt mich. Habe mich zum Dienst. Niemand kommt an mir vorbei. Und das sind sieben, acht und neun Schaden. Das erste Opfer. Lass das ihr machen. Ich habe keine Karten mehr. Was ist das letzte was ich habe? Eine Eule. Schade. Ah, die sind wirbeln in den Ersatz versaut. Ah, die sind wirbeln in den Ersatz versaut. Na, noch einen Versuch haben wir ja. Von der Zeit her würde ich sagen. Haben wir verarscht mit dem. Die Runde ab muss man sehr schnell spielen. Nicht wie ich. Ich werde ehrenhaft kämpfen. Und ich mit gigantischen Dienern und vernichtenden Zaubern. viel Glück. Viel Glück. Dankeschön. Das Licht beschützt dich. Ich werde das Blut in eurem Nadeln drehen lassen. Nein, wirst du nicht. Das Licht beschützt dich. Ich werde das Licht beschützen. Hier ein Mann als Gletschmiel oder? Ne, keine Kegel. Ja. Und dann kein Blitzer dieses Runde. Das ist eine gute, göttliche Gunst auf jeden Fall. Gut, gut. Reule. Waff. Waff Tussi. Ah, wenn der Schild weggeht geht das los. Ich schenke euch die Freiheit untertarnen. So. Gebufft. Ganz tussi eigentlich diese Karte. Was wir machen. So Kettusa, da kannste gar nichts machen. Hat auch Shadow Ball spielen. Und dann leben wir das. Perfekt. Ich habe keine Chance der Kettusa hat. Der Wirbel Nessa war das einzige was ihn gerettet hat. Der Wirbel Nessa war das einzige was ihn gerettet hat. Ah, sieht so geil aus wie gerade. Perfekt. Klopp. Zogel. Oh. Mit der taugel ist schlecht. Das wissen wir auch. Aber mir ist da so eine Eure in der Hand. 1 HP Er spielt kein Minion mit Gottes Schild und kein Taunt Minion, außer den Können alle töten, ja nicht. Ungewonnen. Oh, mir wird das Heroic alles sagt dann. So, dann haben wir das erledigt. Danke ich für immer fürs zusehen und beim nächsten Mal dann ab in den Emotion Bottas. Tschönen PU Flu Profi Vielen Dank.